Ja, liebe Freunde, zuerst Regen und jetzt gibt es noch Kommune ein, den wir am Waschen, das ist hier bei mir zu Hause. Und dann werden die auf unser Kaufwagen, wie das geht auch bei den Blumen fährt. Schau doch mal, wo es das ist. Immer schönes wird das gekauft. Nachdem sie von Hand gewaschen worden sind, werden sie da noch mit der Waschanlage gespült. Wenn man das nicht macht, wenn sie trocken sind, ist es dann plötzlich ein brauner Schimmer auf dem Kürbis, weil der Brunnen immer mehr und mehr Erde hat und die Kürbis nicht mehr sauber werden. Darum ist das Spülen wichtig.